Herzlich Willkommen beim Nettes Morgens Blogger der Welt. Heute geht es um Mois bzw. YouTube und die Probleme auf dieser Plattform, denn die gehen mittlerweile so weit, dass das wirklich viele betrifft. Auch mich in vielen Punkten und ich bin jetzt der Meinung, man sollte langsam auch mal seinen Mund aufmachen, bevor das so weit geht, dass überhaupt keiner mehr unsere Uploads mitbekommt. Vielleicht habt ihr es ja schon mitbekommen, Mois musste in den letzten Tagen über 1000 Videos von sich aus Angst vor weiteren Strikes löschen bzw. privat stellen und das geht mittlerweile in eine Richtung bei ihm, die ich auch nicht nachvollziehen kann. Denn YouTube sucht sich vereinzelt anscheinend Videos raus und strikt die, dann kann man eine Woche lang nicht mit seiner Community interagieren bzw. Sachen hochladen und das kam jetzt zumeist genau zu seiner Promophase, wo er seine Musik versucht hat zu promoten. Und das kann es meiner Meinung nach nicht sein. Es geht sehr viel Arbeit dadurch verloren, über 1000 Videos, da stecken viel Emotionen und auch Arbeit hinter. Ich kann mich da auch gut hineinversetzen, ich schneide ja auch alles selbst, ich spreche jedes einzelne Video ein. Und es kann es echt nicht sein, dass man hier aus Angst Videos löschen muss, weil jetzt irgendwelche Richtlinien geändert werden und dann zum Teil zu Unrecht auch noch Videos gestrikt werden. Und das geht mittlerweile in eine Richtung, die kann ich nicht mehr akzeptieren. Mois geht auch auf den Punkt ein, dass nicht werbefreundliche Videos nicht gut vorgeschlagen werden und das kann ich absolut bestätigen. Nicht nur die eigenen Abonnenten bekommen kaum noch einen Upload mit, nein auch potenzielle neue Abonnenten bekommen natürlich so dann keine Uploads mehr mit bzw. keine Videos vorgeschlagen von uns. Und das ist auf jeden Fall auch ein Muster, den man erkennen kann. Es ist ja schon das eine, dass man kein Geld mit den Videos verdient, aber dass man dann keine Reichweite mehr aufbauen kann, nur weil man nicht mehr werbefreundlich ist auf dieser Plattform. Das ist auch ein ganz großes Problem. Und das sieht man auch bei KuchenTV, bei denen sind die Klicks auch enorm eingebrochen, seitdem er nicht mehr Partner ist. Und ich kann da auf jeden Fall auch ein Muster bei mir erkennen, denn wenn Videos nicht werbefreundlich sind, dann muss ich die erstmal tagelang prüfen lassen und wenn die dann mal auf grün gestellt werden, was bei mir Gott sei Dank noch der Fall ist, haben die meistens nicht die Klicks erreicht, als wenn die von Anfang an werbefreundlich waren. Auch bei den letzten Uploads habe ich echt bestaunt, wie wenig Klicks man zum Teil nur noch macht. Man kriegt nicht mal die 10% der Abonnenten mehr auf seinen Kanal. Bei den Videos und auch bei Mois ist das zu sehen, dass viele Videos total untergehen. Von daher bin ich auch der Meinung, sollte man als Community und auch als YouTube-Kollegen hier zusammenhalten, versuchen wirklich YouTube zu erreichen. Es darf so nicht mehr weitergehen. Es wird ja auch gemunkelt, dass jetzt auch die EG Metall eingeschaltet wird. Da hat ja auch ein YouTuber schon wirklich die Werbetrommel für gerührt. Und ich bin auch der Meinung, dass man sich da wehren sollte. Das kann nicht sein, denn irgendwann seid ihr vielleicht die nächsten auch größere YouTuber, die mich jetzt vielleicht gucken. Berichtet bitte darüber, das darf echt nicht so weitergehen. Irgendwann wird euch die Werbefreundlichkeit entzogen bzw. wird euch die Partnerschaft weggenommen und dann seid ihr die Nächsten. YouTube sortiert eiskalt aus. Es interessiert wirklich nicht, ob man da Tage oder Wochen lang an Videos saß. Es interessiert ihr überhaupt nicht und ich finde, man sollte hier auf jeden Fall klar Message beziehen und auch mal Gesicht zeigen in dem Punkt und definitiv auch zusammenarbeiten. Also ich versuche hier Mois mitzuhelfen. Dabei ging das auch so weit, dass sogar der Abo-Button ihm weggenommen wurde. Und das kann es nun wirklich nicht sein, dass er wirklich auch enorm an Abos verloren hat bzw. nicht mehr so viele generiert, weil er einfach nicht mehr den Abo-Button hat, der nun eigentlich auch essentiell ist für einen YouTube-Kanal. Denn ohne Abo-Button, wo soll man denn dann jemanden abonnieren? Das geht ja dann nicht bzw. nur mit Umwegen war das bei ihm möglich. Und ich weiß nicht, was YouTube hier momentan vorhat, aber das, was sie vorhaben, gefällt mir überhaupt nicht. Wenn dann Videos mal werbefreundlich sind, dann ist ja auch alles in Ordnung, dann wird das auch vorgeschlagen, dann kriegt man neue Abonnenten hinzu. Man verdient Geld, es ist ein Privileg mit seinem Hobby Geld zu verdienen, aber es kann es doch nicht sein, dass man als YouTuber überhaupt kein Mitspracherecht hat bzw. überhaupt nicht weiß, was man falsch macht. Denn die Regeln, die es hier auf dieser Plattform gibt, die sind sehr schwammig und gelten anscheinend nicht für alle. Das ist nur meine Message. Schreibt eure mal unten rein, teilt gerne das Video, wenn ihr überhaupt das noch vorgeschlagen bekommt, denn meine Glocke und meine Abo-Box scheint ja auch nicht mehr zu funktionieren. Zumindest laut der Umfrage, die auch nur noch ein paar hundert mitmachen, obwohl es früher mehrere tausend waren. Heftig auf jeden Fall. Bis bald und ciao, ciao. Bis bald und ciao.